Prinz Harry, Prinz William. Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Es gab eine Chance. So klein wie ein Senfkorn. Am 29. August nahmen die Prinzen Harry, 40, und William, 42, an der Beerdigung von Lord Robert Fellows, 82, in Norfolk teil. Sie kamen, sahen sich, und schwiegen. Es folgte keine Annäherung, kein Gespräch. Keine Versöhnung. Der Vorfall zeigt, wie verhärtet die Fronten sind. Schlimmer noch, der Stellungskrieg, den die Brüder über Monate hinweg führten, droht in eine heiße Schlacht überzugehen. Es mehren sich die Zeichen, dass eine große Konfrontation bevorsteht. Am 9. September veröffentlichte Williams' Ehefrau, Prinzessin Kate, 42, ein berührendes Video. Darin verkündete sie das Ende ihrer Chemotherapie. Doch die Konkurrenz schlief nicht. William ist stinksauer auf Harry. Kaum war das Video online, zog Prinz Harrys Arbeitgeber nach. Der Streaming-Gigant Netflix präsentierte eine erste Vorschau auf die Serie Polo, die im Dezember auf den Markt kommt. Darin blickt der Herzog von Sussex hinter die Kulissen dieses elitären Sports. Vielleicht waren Harry und seine Frau Meghan, 42, über den Zeitpunkt der PR-Offensive nicht informiert. Doch die Überschneidung mit Kates Videobotschaft wurde als Kampfansage interpretiert. William scheint es jedenfalls so wahrgenommen zu haben. Jüngst erschien ein Artikel im US-Newsportal The Daily Beast. Darin wird ein Freund von Ehepaar Wales zitiert, der die Botschaft von Kates Video so beschreibt, Sch. Auf alle, die uns hassen. Sch. Auf die Medien. Und jetzt kommt es. Sch. Auf Harry und Meghan. Im englischen Original klingt der Fluch noch vulgärer. Manche vermuten, dass der Freund in Wahrheit William selbst ist, auch wenn es sich kaum beweisen lässt. Der Journalist Tom Sykes, der den Artikel verfasste, scheint jedenfalls einen guten Draht in den Palast zu haben. Auf alle Fälle steht fest, dass der Streit zwischen Harry und William explosiv bleibt. Und wir sehen schaudernd, wie ein Schatten auf sie fällt, der von Kain und Abel.